Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge Starbound und freue mich natürlich, dass ihr immer noch so zahlreich dabei seid, mir bei meinen Unternehmen hier in der Galaxis zuzuschauen und mittlerweile bei 85 Folgen, nee 86 Folgen sogar und wir sind immer noch auf dem Kurs, wir töten, wir lieben nicht, wir töten Ach ja, wie schön Oh, ich bin gleich wieder tot und von daher wollen wir mal wieder, wo ist es denn, na gut, die gehen auch die Gitarre natürlich im Anschlag, immer in der Nähe, so geht das Was ist mit dir? Wir mögen uns, das ist super So, mal schauen, was es hier gibt, auf jeden Fall schon mal wieder super viel Oh, da fällt mir ein, ich kann natürlich auch mal langsam wieder Geld machen Falls es mit meiner Stimme irgendwie bergab geht, mir ist irgendwie, ja, ein Kopf in den Hals oder was weiß ich Der Hals tut weh Ich kann zwar immer noch ganz genüsslich reden, aber wenn es dann irgendwann doch auf einmal Dann verzeiht mir das Aber das wird anders nicht funktionieren Ich werde dann nebenbei ein bisschen was trinken Da ich einfach Lust dazu habe, normalerweise esse ich und trinke ich nicht wirklich beim Let's Playen Aber heute mache ich das für die nächsten Folgen Geht das jetzt erstmal Ich muss auch ein bisschen Forecast, wie ich es die ganze Zeit sage Leist, leisten, damit ich endlich mal wieder ein paar Folgen auf Halt habe Da ich jetzt die letzte Zeit eigentlich immer schnell von der Arbeit nach Hause und eine Folge aufgenommen Gerendert hochgeladen, dass sich irgendwie alles so extrem gezogen hat Und ich versuche ja zumindest so ein bisschen Qualität hier in den ganzen Kram reinzubringen Was dem ein oder anderen natürlich nicht auffällt Ey, was soll das heißen? Ja, du hast mich ganz genau verstanden Du Hippie So, erstmal hier durch Oh, oh Was haben wir hier? Neh, mal mit, komm Waffen sind immer gut Was kennen wir hier? Na komm, ey Schlampe Ich meine Du Stück Ach ja Da fällt mir was ein Ich muss trinken Das ist jetzt ein verdächtiges Geräusch Ja Feuer, Eis Jo Ach, fuck Das war falsch Nämlich hier lang So, wir sind nach links gegangen, aber ja nicht wirklich der Bär am Tanzen Und von daher gehen wir jetzt einfach mal rechts Obwohl, das ist das Super Mario rechts Das ist ja natürlich, oh, immer kritisch Das wissen wir ja bekanntlich Chili Was ist das? Was ist das? Und das ist direkt mal Müll Truhen nehmen wir natürlich mit Mit der Farbe Ist das toll? Wenn das mir irgendjemand mal sagen kann Ob das mit der Farbe abgeht oder nicht Ich weiß es nicht Ist nicht so der Börner Hm, was ist hier mit? Ja Wieder mal vollgeladen mit allen möglichen Staff Staff Yeah Ich habe Staff und fahre ein Jack Yeah Jack Englisch Humor Superklasse Immer Immer wieder eine Freude für mich Ach ja Hier mal alles irgendwie reinhauen Ich bin kurz Ich bin kurz davor durchzudrehen Okay So Und weiter Jetzt Okay, okay Okay, okay Zack da Zack du Zack da Ach komm Diamanten Irgendwann gibt es auch eine diamantene Rüstung Dann geht das so ab Da fällt mir ein Ich brauche auch unbedingt noch Rubinium Für meine letzte abgefahrene Rüstung Wenn da überhaupt was geht Das sieht schon schick aus mit den Blumen Aber Ich brauche sie nicht Cobblestone ist das, was ich brauche Immer noch Ja, ich hätte es mir ehrlich gesagt Ein bisschen geiler vorgestellt Als das, was ich in der letzten Folge gemacht habe Aber irgendwie hat mich da so ein bisschen Die Muse verlassen Vielleicht Kriege ich ja Unterstützung Wieder Und dann Werden uns vielleicht noch was Besseres ein Man weiß es nicht Ich will eigentlich auch immer noch die Bosskämpfe zeigen Aber dazu brauchst du den Anhängen Sonst macht das keinen Sinn Hier du Kröte Ich bin keine Kröte Ich bin ein fliegender Hirsch Nein Okay Zack Ressourcentechnisch Der Hammer Geht es eigentlich noch mal weiter Irgendwie so update-technisch Hier beim netten Starbar Und ich meine jetzt Jetzt haben sie den Hyperwipe hinter sich Ja Jetzt scheint so langsam nichts mehr zu passieren Nicht auch ein bisschen Ja Nicht ganz in Ordnung Hallo Hallo Verrückt Ach ja Was soll man dazu sagen Immer mehr Oder nimmer mehr Sagt der Rabe Auch gut Müsstet ihr mal lesen Edgar Allan Poe Der Emo schlechthin Ach ja Komm Alles rein Ganz lustig Momentan Origin Da gibt es Dead Space Umsonst Wir versuchen ja jetzt anscheinend mit allen Mitteln Die Leute dazu zu kriegen Ja Das Origin zu verwenden Aber Ganz ehrlich Steam läuft da echt super Und hat da einfach die Nase vorn Und warum noch eine Plattform Warum können die da nicht so ein Cooperative Ding machen Ja Wir wollen auch Kohle abkassieren Wie es Steam schon tut Ach ey Gewinn maximierende Unternehmen Sehr 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 gute Unternehmen natürlich Auf Komm Raus Immer den Gewinn Optimieren Egal wie es geht Immer Gewinn 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 Anstatt mal ein ordentliches Produkt Nach draußen zu bringen Wo dann der Kunde auch endlich Zufrieden ist Qualität Das A&O Mittlerweile Made in Germany Steht leider nicht mehr für Qualität Das war mal so Aber Das hat sich Ja Doch Verändert Und ich hoffe Dass da Ähm Doch wieder die Langsam die Leute wieder Vernünftiger werden Denn Ähm Klar Billige Sachen Schön und gut Wenn man nicht erst Geld dazu hat Aber Qualität Kostet nun mal seinen Preis Und den muss man halt Dann Wohl oder Übel Ausgeben Und wenn man es sich nicht leisten kann Dann kann man es sich nicht leisten Dann muss man keine Kredite aufnehmen Und allem Sondern muss man sparen Und dann funktioniert das wieder Oh Ja Da bin ich Vor lauter Wut Musste ich Musste ich jetzt dem hier Gerade Einhalt gebieten Der guckt auch schon so böse Kommt her Noch Der rennt weg Ist gut Hier Blockt Habt ihr es gesehen Oh So 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 Soll ich dich Soll ich dich retten Ich habe so das Gefühl Dass du das nicht willst Oh Der Hund ist tot Ding Dong Der Hund ist tot Der Hund ist tot Ja, nichts gegen meins. Mal ganz ehrlich, Tesla-Spule, scheiß drauf. Und das da kommt mit, und das da kommt in den Müll, denn wir brauchen diese schicke Truhe. Schon wieder nur Schmodder dabei. Da, weg damit. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Okay, noch mal kurz auf die Uhr geschaut, wie spät es denn ist. So, klick. So, so, so. Und weiter geht's. Meine Freunde, die Pilze. Jetzt sind sie alle tot. Und ich weiß nicht warum. Ich habe einfach nur mal mit meinem Schwert ein bisschen gespielt. Kupfer. Bye. Das hätte auch anders ausgehen können. Danke. Danke für die Warnung. Hubert. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Boah. Jetzt sind wir schon so weit voran. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen auf die Gesundheit achten. So, Ruppert. Ruppert ist auch ein Name. Ruppert. Hallo, ich bin der Ruppert. So, komm. Barsch. Müll. Null. Silbe. Zack, zack. Wenn es dunkel wird, kriege ich Angst, dann suchen wir uns einen neuen Planeten, weil... Boah. Weil, weil halt. Das seht ihr als Selbstwahrung. Hier ist ja nichts los. Außerdem ist das Grasland. Mal sitzen. Da. Ach ja. Okay, der Planet ist langweilig. So. Dann komm mal her. Was haben wir hier? Nichts. Was gibt es da denn? Was haben wir hier? Snow Forest Level 10. Dann halt da hin. Tank füllen. Komm her. Absack. So. Geh doch. Was ist das? Ja. Weg. Weg. Brauchen wir. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So. Weg damit. Ein bisschen wieder verteilen, was wir hier so haben. Erstmal das. Und das. Dann noch eins weiter. Die Schatzkiste. Wahnsinn. 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 Da können wir bald echt ein bisschen hier einen Shop aufmachen. Da kann man echt nicht meckern. Die kommen noch mal in die andere. Ach so. Rot behalte ich. Ich brauche noch. Das ist genau das, was ich noch brauche. So. Dann haben wir hier noch zu essen. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Der Rest kann hier bleiben. Wir haben so viel Fleisch, wie wir auch dabei haben. Alles super. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Moment, das ist sogar die richtige Erde. Oh, wie gut. Platz, elendiges Gewürr. Ich bin heute der Herr und Meister. Das kommt jetzt alles mit. Sehr gut, Erde, Erde. Ganz von einem... Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich gerade verstanden. Okay. Erde von einem fremden Planeten auf den eigenen Heimatplaneten bringen kann. Könnte zu einem ökologischen Problem führen. Könnte allerdings. Man muss es nicht schwarz sehen, aber es wird uns alle umbringen. Alle, allesamt. Ach Gott. Und denkt einer an die Kinder? Nein. Es denkt keiner an die Kinder. I'm only a child. Was soll man dazu sagen? Unsere jetzigen Kinder werden es hoffentlich besser machen. Aber, das haben sie damals auch gesagt. Ja, den haben wir jetzt. Ich sag nichts. Ich hab nichts gesagt. Ui, was ist denn da? Die mother fucker die. So. Geht alles mit. Alles auf Kosten des Hauses. Cheap Light war wie schon das benutzt eigentlich. Auch nahezu überall, oder? Zack, zack. Ach ja, geil, da geht auch einiges. Geld. Wir brauchen mehr Geld. Genau darum geht es uns doch. Liebe Schüler. Oh, da fällt mir was ein. Da fällt es mir doch ein. Uah. Uiuiuiui. Ach ja, ach ja, ach ja. Super, super mal wieder gelaufen. Darauf muss ich einen Schluck trinken. Ah. Die Folge kommt an einem Sonntag raus. Ganz groß. Da habt ihr natürlich richtig Lust. Ja, da. Bam, 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 bam. Da, ey. Ah, da habe ich gerade Millionen gemacht und dann wird mir wieder das ganze Geld aberkannt. Ja, kenne ich auch irgendwoher. Damals, als ich noch reich war. Mal fällt man, wenn man dann aufpassen muss, dann fällt mir direkt in den Tod. Aber so. Ah, schön, schön. Oh, dann haben wir ja alles, was wir brauchen. Was haben wir denn hier? Wow. Was haben wir denn hier? Das war's. Ultra geiles. Kornseed. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss niesen. Gleinen Moment. So. Da bin ich wieder. Ach ja. Intruder. So. Alles mir. Die Tür auf. Ach ja. Die Lava fließt schneller ab, gell? Das hier war blöd. Aber hört ja gleich auf. Oh. Oh. Tututulu, tututu. Tututut într. Ach ja. Fällt mir wieder ein, ich brauche Glas, gell? Ist das vielleicht auch nicht mehr Sahi? Hallo. so kann ich nicht schief gehen einfach ja mal ein bisschen platz schaffen aber gar nicht so eng sehen und dann ist das hier alles wieder wunderschön und ach herrlich herrlich wie das hier aussieht regnet es draußen wo mit säure regen und mit säure regen ich fange an zu nuscheln wie kommt denn das sowas aber auch verständlich die egal steh mal drüber oder auch nicht alles klar das war's für diese folge ich werde auf diesen planeten noch mal gehen gleich aber das erfahrt hier in der nächsten folge bis dahin das war folge 86 auf der suche nach materialien kommen wir natürlich auf dem einen oder anderen planeten vorbei und finden da natürlich auch ein bisschen diamanten rubinium was man halt so braucht schön aber das hilft uns natürlich alles weiter um auf unserem heimatplaneten unsere plantage wachsen zu lassen und das ist doch nun mal das was wir wollen eine kurze kleine love action diesmal nicht so lange wie beim letzten mal aber schön danke dass ihr zugeschaut habt ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal und bis dahin macht's gut wir sehen uns beim nächsten mal